Oh weee, was für ne Staffel, hä? Rick Prime, die Therapie und dann noch die Sache mit Roy. Wisst ihr noch? Entschuldigt, dass ich nicht dabei war, aber ich musste meinen kleinen Pupsi-Pupo in Form bringen. Ich hab richtig krass gepumpt. Ihr denkt sicher, ich mach das nur, um über die Trennung von Amy und Kaki Jr. hinwegzukommen. Aber mein Trainer Carl sagt, eine Frau vergisst man am besten, indem man Squats mit 140 Kilo auf seinen Schultern macht. Verdammt richtig. Oh weee, das ist das geile Zeug. Ah, du heilige Bandscheibe. Oh Gott, oh, ist es schlimm. Ah, es scheint echt schlimm zu sein, oder? Ah, scheiße. Ruf Amy an und sag ihr, dass ich sie brauche und dass ich sie liebe. Nicht mit meinem Handy, sie hat mich blockiert. Nimm deins. Oh weee, ich bin gebrochen.